Mit euren Ballwechseln bedanken, war eine spannende Sache, waren auch fünf Sätze. Wir haben zwar eine fortgeschrittene Zeit, aber wir haben die fünf Sätze genossen. Dazu gratuliere ich dem Jonas Scheer zum zweiten Platz. Ja, und Sieger in der Königsklasse, der A-Klasse der Herren, 2015 beim 16. Wilhelmsdorfer-Weihnachtsturnier, wurde Dimo Neumann. Herzlichen Glückwunsch. Okay, auch hier vielleicht nochmal ein Bild. Okay.